Die großen Bilder und Emotionen sind zurück. Wir feiern das Comeback des Kinos. Heute mit dem Silent Screening von A Quiet Place 2. Und wo könnte man das besser machen als in Berlin am Mercedes-Platz im wunderschönen UCL-Lyx? Ich bin so dankbar. Endlich wieder ein geiler Film im Kino. Ich werde es einmal genießen. Ich habe richtig Bock. Es ist super aufregend. Es ist echt geil, wieder hier zu sein. Ich liebe es einfach und ich hoffe, dass das jetzt so bleibt. Ich muss sagen, also mein Herz klopft gerade wie irre, weil ich mich so freue, ins Kino zu gehen. Mega geil. Ciao. Also ich freue mich schon seit einer Woche darauf. Die Emotionen sind einfach wieder endlich da. Das fehlt zu Hause total. Ich werde so viel Popcorn essen und ich werde so gucken, wenn die Leinwand aufgeht. Es war Spannung pur. Ich bin permanent irgendwie erschrocken. Es war so eine krasse Soundkulisse einfach. Es war ein Riesengenuss, jetzt auch hier in dem Kino gewesen zu sein. Oh mein Gott. Dieses Hinher zwischen, wow, mein Kopf explodiert gleich und ich höre auf einmal gar nichts mehr, war mega beeindruckend. Dadurch, dass es mal alles leise war, dachte man sich so, okay, gleich kommt irgendwas, aber ich weiß nicht wann. Das war richtig krass. Du hast mich so oft so krass gegriffen. Ich fand es mega. Du weißt das nicht, oder? Aber ich schon. Alles gut. Sehr gut gespielt, tolle Schauspieler dabei. Ich war sehr begeistert, wie mutig die Kinder waren. Mega geil. Also Spannung nonstop, von vorne bis hinten. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, habe es sehr genossen. Und ja, schaut euch den Film an. Da draußen sind Menschen, die wir retten müssen. Spannendes Kino mit The Quiet Place 2 ab dem 24. Juni. Und natürlich auch in euren UCI und UCI Lux Kinos.